Hammer Wetter, Hammerleistungen mit Sommernacht vom SCC Berlin. Was tun bei über 30 Grad Lufttemperatur? Genüsslich ein Eisschlecken, sich ein schattiges Plätzchen suchen oder den Fächer für etwas Abkühlung bemühen? Falsch! Im Homsenstadion wurde hauptsächlich Sport getrieben und das auf Spitzenniveau. Besonderer Fokus lag natürlich auf dem 100-Meter-Rennen der Männer. Julian Reus, Deutschlands schnellster Sprinter aller Zeiten, hatte sein Kommen angekündigt. Aus dem Gigantenduell mit SCC-Star Lukas Jakubczyk wurde aufgrund dessen Fußverletzung zwar nichts, das Teilnehmerfeld war dennoch hochklassig besetzt. In den Vorläufen blieben alle späteren Finalisten unter 11 Sekunden. Die Zeiten bewiesen ist, die Midsommernacht ist längst keine reine Gute-Laune-Veranstaltung mehr. So sieht das auch Hannes Liebach, der die 1.500 Meter gewann. Ich glaube, das wird auch von Jahr zu Jahr besser hier. Also vor ein, zwei Jahren war das noch eher dürftig. Letztes Jahr war unglaublich schlechtes Wetter und dieses Jahr ist ja schon ein richtiges Sportfest. Ein Sportfest, bei dem nicht nur gerannt, sondern natürlich auch gesprungen wurde in die Weite und in die Höhe. Mit dem Stab stellte sich dabei niemand besser an als Marek Schudoma, der Athlet des Zehlendaufer TSV überquerte in seinem letzten gültigen Versuch 5,07 Meter und war danach völlig außer sich vor Freude aus einem ganz besonderen Grund. Also es ist meine neue persönliche Bestleistung. 5,07 Meter, vorher hatte ich 5,01 Meter aus der letzten Saison. Und das Frauenweltrekord ist nochmal irgendwie eine andere Welt dann, dass man irgendwie als Mann ist jetzt ein bisschen hochnäsig, aber kann man sagen, dass man besser als eine Frauen. Den Weltrekord der Frauen hatte Julian Reus bereits im Vorlauf recht locker geknackt. Im Finale legte der Wattenscheider aber noch einen drauf. In seinem ersten 100-Meter-Rennen der Saison war die Konkurrenz völlig chancenlos. Auch Jugend-Olympiasieger Sidney Siame aus Sambia musste sich Reus geschlagen geben. Viel wichtiger war ihm aber natürlich die gelaufene Zeit. Ich bin sehr zufrieden mit 10,21. 10,16 ist die WM-Norm, das sind noch 500. Heute war eine sehr schöne Bedingung. Es war warm, ein bisschen Gegenwind leider. Aber für den ersten Weltkampf mit 10,21 zurückzukommen ist schon sehr ordentlich. Ich bin sehr zufrieden. Die Hitze setzte Reus also nicht zu, konnte das auch von den Mittelstreckenläufern behauptet werden? Die Hamburgerin Jana Schussmann zeigte sich über 2.000 Meter Hindernis, zumindest nicht sonderlich ausgelaugt. Aber ihre Disziplin hat ja auch einen Vorteil. Jede Runde heißt es im Wassergraben baden gehen, bei diesen Temperaturen eine gern gesühne Abkühlung. Ja, also den Tag, was schon irgendwie drückt, dann hängt die ganze Zeit rum. Ich bin dankbar über die Startzeit, also 21.20 Uhr. Jetzt ist ja perfekt eigentlich. Ein ganz schwaches Lüftchen, sodass die Luft nicht steht. Also das ist optimal. Und das Wasser dann zwischendurch ist auch nochmal toll. Gut, ein bisschen nach Luft gerungen haben alle Teilnehmer. Bei diesen Leistungen hat sich der Einsatz aber in jedem Fall gelohnt. Und vielleicht kommt die Veranstaltung so ja zu einem neuen Slogan. Wir haben da abschließend mal so eine Idee. Atemlos durch die Midsommernacht. 有一 voilà öfter summer los geht's. Auf geht's cozy. two zwei zwei K zwei